Zucker ist ungesund und trotzdem konsumieren die meisten zu viel Süßes. Was bewirkt Zucker im Körper? Was sind die Auswirkungen? Und noch viel wichtiger, wo versteckt sich der Zucker überall? Falls du Antworten auf diese Fragen suchst, bist du in diesem Video genau richtig. Am Ende des Videos verrate ich dir wie du deinen Zuckerkonsum schnell und einfach reduzieren kannst. Gewusst wie, ist ein zuckerfreies Leben möglich? Mehr dazu in meinem Bonus-Tipp am Ende des Videos. Bevor wir starten ein paar Zahlen die schockieren. Während vor rund 150 Jahren der Zuckerkonsum noch bei 2 Würfel Zucker pro Tag lag, konsumiert der moderne Mensch heute im Schnitt über 100 Gramm Zucker täglich. Das sind ungefähr 25 Würfel Zucker, die Weltgesundheitsorganisation ist alarmiert, und empfiehlt maximal 50 Gramm Zucker pro Tag, also die Hälfte des durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsums. Doch was bewirkt Zucker im Körper? Dazu musst du wissen, dass der weiße Haushaltszucker aus zwei Teilen besteht, Fruchtzucker und Traubenzucker, beide Zuckerarten werden unterschiedlich vom Körper genutzt. Fruchtzucker wird im Dünndarm aufgenommen und gelangt mit dem Blut in die Leber. In der Leber angekommen, wird der Fruchtzucker verarbeitet und kann dann als Brennstoff von den Zellen verwendet werden. Wenn aber zu viel Fruchtzucker die Leber erreicht, dann wird der Überschuss in Fett umgewandelt, und es kann sich eine Fettleber bilden. Übrigens, wenn du schlank bist und du jetzt denkst, das betrifft dich nicht, dann hast du falsch gedacht. Studien zeigen, dass auch schlanke Menschen mit hohem Zuckerkonsum an einer Fettleber erkranken können. Das betrifft nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Traubenzucker hingegen geht direkt aus dem Darm ins Blut. Der Blutzuckerspiegel steigt und der Körper schüttet vermehrt das Hormon Insulin aus. Insulin hilft den Zucker abzubauen, und aus dem Blut in die Zellen zu schleusen. Der Körper wird also schnell mit Energie versorgt. Aber Achtung, genauso schnell wie der Energieschub kommt, sinkt der Blutzuckerspiegel auch wieder ab. Heißhungerattacken und Fressattacken lassen Größen. Die Auswirkungen von zu viel Zucker sind gravierend. 1. Zucker macht süchtig Das ist nicht nur eine Vermutung sondern von Forschern bestätigt. Zucker stimuliert die gleichen Rezeptoren im Gehirn wie beispielsweise der Konsum von Kokain. Das Suchtpotenzial von Zucker wurde lange Zeit unterschätzt, und heute von der Lebensmittelindustrie geschickt genutzt. Die klassischen Zuckerfallen sind Süßgetränke und Fertigprodukte, doch auch in vielen Frühstückmüslis und Fruchtjoghurts lauert die Droge Zucker. Sie macht abhängig und kurbelt die Verkaufszahlen an. 2. Zucker ernährt Krebszellen Krebszellen lieben Zucker. Dieser Zusammenhang wurde bereits 1924 vom Mediziner und späteren Nobelpreisträger Otto Warburg entdeckt. Krebszellen brauchen Zucker, um sich zu vermehren und umwachsen zu können. Jeden Tag einen Becher Eis vor dem Fernseher zu schlemmen, ist also keine gute Idee. Aber es gibt zum Glück genussvolle Alternativen. Mehr dazu etwas später in meinem Bonus-Tipp. 3. Zucker fördert Diabetes Diabetes Typ 2 ist die häufigste Form der Zuckerkrankheit. Erhöhter Zuckerkonsum und Übergewicht sind Hauptrisikofaktoren. Ich glaube, dass ich hierzu nicht viel ergänzen muss. 4. Zucker schadet dem Gehirn Diese These ist gewagt. Aber leider stimmt es, dass erhöhte Blutzuckerwerte Demenz begünstigen. Menschen mit Übergewicht und Diabetes leiden häufiger an Alzheimer als andere. Alzheimer ist eine Demenzart, und führt zur Minderung der geistigen Fähigkeiten. Falls du mehr zum Thema Alzheimer erfahren möchtest, lohnt sich ein Blick in meine Videoserie Alzheimer Wahrheiten. 5. Zucker macht dick Während Zucker in den 60er Jahren noch als Schlankmacher angepriesen wurde, steht heute fest, dass Zucker einen negativen Effekt auf das Gewicht hat. Übergewicht und eine gestörte Darmflora sind oft die Folgen. Wie kannst du der Zuckerfalle entkommen? Und auf welche genussvollen Alternativen kannst du setzen? Dies und mehr jetzt in meinem Bonus-Tipp. Tipp 1 Alkohol und Süßgetränke meiden Alkohol und Softdrinks enthalten jede Menge Zucker. Wenn du nur auf diese zwei Dinge verzichtest, wird sich dein Zuckerkonsum rapide minimieren. Damit du trotzdem genießen kannst, könntest du dir beispielsweise eine gesunde Ingwer-Schorle zubereiten. Wie das geht, erfährst du in meinem Video Ingwer-Schort selber machen. Am besten verdünnst du den Ingwer-Schort mit viel Wasser. Erfrischend und super lecker. Tipp 2 Fruchtjoghurts weglassen Ersetze Fruchtjoghurts mit Naturjoghurt und mische Früchte darunter. Tipp 3 Setze auf frische Lebensmittel. Finger weg von Fertigprodukten. Sie sind voller Zucker und ungesunder Zusatzstoffe. Entdecke die Vielfalt der grünen Küche, und probiere neue Rezepte mit frischen Zutaten aus. Zucchini-Spaghetti mit Soja-Bolognese gehört zu meinen Lieblingsrezepten. Tipp 4 Gesund naschen Verzichte nicht auf genussvolles Naschen, aber ändere deine Gewohnheiten. Statt Milchschokolade könntest du Energy Balls aus Kakao, Datteln und Nüssen ausprobieren. Statt Chips essen, könntest du getrocknete Beeren knabbern. Du wirst sehen, sobald du dich mit dem Thema beschäftigst, öffnen sich viele neue Türen. Die Rezeptwelt ist voller zuckerfreier Alternativen. Was sind deine Erfahrungen mit dem Thema Zucker? Sag es mir in den Kommentaren unten. Wenn dir meine Informationen geholfen haben, freue ich mich über ein Like. Gerne kannst du mein Video auch mit deinen Freunden teilen. Bevor es zum nächsten Video geht, hast du die Möglichkeit den Abonnieren-Knopf zu drücken. So wirst du automatisch informiert, wenn ein neues Vital-Schnabel-Video online geht. Viel Gesundheit und bis bald! Deine Caro von Vital-Schnabel